Willkommen bei Adamax, Andreas Joachim mein Name, ansächlich in 48480 Spelle Leuchteweg 13. Wir stellen euch heute vor den ITC Power 8000D. Wir haben auch den 8000DT, den Unterschied erkläre ich euch gleich. Das ist der 8000D mit 6300 Watt maximaler Leistung, knappen 6000 Watt Dauerleistung mit einer 32 Ampere, 230 Volt Steckdose. 230 Volt wie gesagt, also einphasig und einmal eine Schyko Steckdose, wo man circa plus minus 3600 Watt Leistung ziehen kann. Dazu haben wir hier vorne, dann bleiben wir gleich hier, den Vorwärmknopf, Vorglühknopf, wenn es richtig kalt draußen ist, so wie aktuell, dann den circa eine Minute drücken, natürlich hier anschalten, eine Minute drücken, dann glüht es vor, dann kann ich ihn starten. Dann haben wir hier noch den Autostart, das heißt also das nehme ich für Batterien, wenn ich nur Solaranlage habe oder sowas, dann geht das automatisch an, wenn die Batterien sich entladen haben, wenn die auf 20 Prozent zum Beispiel sind und lädt dann wieder und geht aus, das Aggregat, wenn man auf 80 Prozent oder 100 Prozent ist, je nachdem wie ich das bei den Akkus einstelle. Dann haben wir den ATS-Eingang, da kann ich wahlweise einen Timer anschließen von uns, eine Funkfernbedienung oder die ATS-Box. Die ATS-Box lässt das Gerät starten und wieder ausgehen bei einem Stromausfall, einen Blackout oder einen Braunart zum Beispiel. Dann haben wir hier die Erdungsschraube, um das Gerät zu erden für die Sicherheit, einen Fi-Schutzschalter, der auch gleichzeitig Leistungsschutzschalter ist, einen Note aus hier, dann hier Startknopf und das LED 6 Display, was nicht nur ein stupides Display ist, sondern ist ein Bordcomputer, der uns auch Fehlermeldungen und alles andere anzeigt. Hier zeigt er uns die Volt, die KW, die Hertz, Ampere und die Stundenanzahl an und auch die Batterieleistung und wie gesagt in der untersten Leiste, wenn er mal einen Fehler haben sollte, wird hier auch angezeigt. Das haben wir. Wir haben die Leistung gesagt, das bleibt euch hier Jenny, komm wieder ran. Dieses Gerät entspricht der Euro5-Norm. Hier haben wir eine erste Wartungsklappe, die natürlich dann mit diesem Schallschutzschaum ausgestattet ist, so dass das Gerät so leise wie nur möglich sein kann für ein Einzylinder-Dieselaggregat mit 3000 Umdrehungen. Mit circa 500 Kubik hat der Motor, der hier sitzt. Dann haben wir hier den Generator, was natürlich so wie alle Aggregate, die wir bei uns im Shop verkaufen, ein 100% Kupfergenerator ist und nicht nur ein Alu-Generator mit Kupfer überzogen oder rein ein Alu-Generator. Also ein 100% Kupfergenerator. Dann haben wir natürlich die Starter-Batterie. Dann haben wir hier nochmal einen manuellen Notausschalter. So, also wenn man das Gerät bekommt oder anschalten will, immer gucken, dass er hier auf grün ist. Dann haben wir hier den Dieselfilter. Die Ölablassschraube ist hier unten. Dann haben wir den Öleinfüllstutzen, die Einspritzung. Noch mal ein bisschen alles mit Schaum wegen dem Schall. Dann haben wir hier den Tanksitzen, den man hier oben befüllen kann. Wir haben hier einen 14 Liter Diesel-Tank. Das Gerät funktioniert auch, wenn die Frage kommt, mit gutem Heizöl, was noch nicht zu alt ist und am besten aus Deutschland oder Österreich ist, damit es da keine Probleme gibt. Ob das steuerlich in Ordnung ist, müsst ihr euch selber erkundigen. Dürfen wir keine Auskunft zugeben. Ja, wo hast du hier rumkommen, Jenny? Wollen wir das noch hier noch einmal zeigen? Hier hinter sitzt der Luftfilter für das Gerät. Auch ganz einfach mit vier Schrauben. Abschrauben, dann hat man das darunter. Dahinter, hier haben wir dieses Typenschild, wo man nochmal ein paar Details lesen kann. Dann haben wir eine zweite superschöne große Wartungsklappe, was ich wiederum sehr, sehr wichtig finde. Weil es gibt manche Geräte, die haben nur eine Wartungsklappe. Dann ist es immer etwas schwierig, hinten an die Details zu kommen. Hier haben wir das. Dann haben wir hier den Lüfter, der das Gerät abkühlt. Wir haben hier auch schon einen neuen Starter verbaut mit 1 kW Leistung. Früher hatten wir 1,6. Dann gab es aber immer wieder Probleme mit den Starter. Das haben wir hier überhaupt nicht mehr. Das heißt, die Starter laufen 100% zuverlässig und brauchen nicht mehr so viel Leistung. Das heißt, auch wenn die Batterie etwas schwächer ist, funktioniert es einwandfrei. Dann haben wir hier eine generelle kleine Sicherung drin. Das heißt, wenn man mal die Batterie falsch anklemmt oder irgendwas passiert, fliegt meistens diese Sicherung raus, die ganz einfach zu wechseln ist. Dann haben wir hier den AVR Spannungsregulierer, Automatic Volk Regulation, der bei uns immer maximal 2% beträgt. Genau bei diesem Produkt 1,5. Zuhause im Stromnetz haben wir ca. 2%. Das heißt, hier ist der Strom super sauber. Wir brauchen keinen Inverter, um Feinelektronik zu betreiben. Das heißt, dieses Gerät ist dazu auch perfekt geeignet. Ja, das hierzu. Dann haben wir hier noch die Seite auch einfach mit Schrauben gesichert. Da haben wir den Auspuff dahinter sitzen und dann kommt dahinter dann der Weg zum Generator, wenn man den Generator mal sich anschauen will, wechseln will oder ähnliches. Ja, zum Verbrauch können wir noch was sagen. Verbrauchen tun diese Art von Geräten immer zwischen 0,5 und 2,5 Liter pro Stunde. Je nachdem, wie viel Leistung ich da abziehe von diesem Gerät. Ja, Ersatzteile, wenn die Frage kommt, immer öfters. Die haben wir, die Firma ITC Power gibt es plus minus 25 Jahre. Ist eine spanische Firma mit eigenen Werk in Übersee, damit wir das auch mal gesagt haben. Weil eigentlich werden alle diese Aggregate auch in diesem Preissegment auf jeden Fall nicht in Deutschland hergestellt. Schon gar nicht, auch nicht in Europa besser gesagt. Und ITC Power ist eine spanische Firma mit eigenen Werk da drüben, die alle selber herstellen. Das heißt, es ist ein ITC Power Motor, ITC Power Generator, alles Mögliche. Das heißt, die Ersatzteilversorgung ist gesichert seit 25 Jahren und wird noch länger abgesichert sein. Ja, preislich erwähnen wir hier nie. Preislich kann man unter www.ademax.de sich angucken, weil das immer monatlich sich wechselt kann oder jährlich. Und die Videos werden ja immer wieder mal geguckt. Ja, das Gerät wird so geliefert. Das heißt, die Räder sind automatisch drauf gebaut, weil es auf einer Palette kommt, wo die Räder schön geschützt sind. Das heißt, man muss es einfach nur runterstellen. Man kann es relativ leicht anheben, also relativ leicht. Das Gerät wiegt 160 Kilo, dann kann man das da runterziehen, dann kann man das ganz normal bewegen. Wir haben mit Absicht bei unseren Generatoren, wo wir die Macht drüber haben und auch mit den Ingenieuren und so zu sprechen, haben wir extra keine Lenkrollen genommen. Weil wenn man mit einer Lenkrolle gegen eine Kante fährt, dann brechen die meistens ab. Dann gibt es sehr viele Probleme, neue Rollen zu besorgen. Und da man mit dem Gerät ja eigentlich nicht spazieren geht, steht das auf starren Rollen, die man dann einfach schieben kann. Und das Einzige, was ihr machen müsst, das heißt, ihr müsst Öl auffüllen und die Batterie anklemmen, Diesel auffüllen und los geht's. Wenn ihr dazu keine Lust habt, dann könnt ihr immer für 199 Euro aktuell den 30-Punkte-Check dazu bestellen. Das beinhaltet, dass wir das Gerät einmal auspacken, komplett testen, 45 Minuten Test laufen lassen, alle Schrauben nochmal festziehen. Wenn die Herzzahl ein bisschen abweicht, diese auch einzustellen. Dann haben wir das Öl schon drin, die Batterie angeschlossen. Wenn ihr das möchtet, sonst schließen wir die Batterie wieder ab, falls ihr das wieder einfach in die Ecke stellt, das Produkt, dass die Batterie sich nicht tiefenentleert. Also Öl aufgefüllt kommt, Batterie angeklemmt auf Wunsch. Restdiesel ist auch drin für den ersten Start, sonst müsst ihr einfach nur ein bisschen weiter Diesel auffüllen und das Gerät startet. Wenn ihr die erste Betriebnahme nicht dazu bucht, dann kommt das Gerät einfach leer und dann müsst ihr das einmal auffüllen. Das reicht so. Jenny, oder was sagst du? Jenny nickt. Dann sage ich einfach, stay tuned. Wir stellen immer weitere Aggregate vor, weil die Videos kommen relativ gut an oder werden auf jeden Fall geguckt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.